Ich glaube, Eichelshofen hier am Standort steht für ein modernes Industrieunternehmen, das trotzdem nie den Bezug zu seinen Wurzeln verloren hat. Wir wissen immer noch, woher wir kommen, von Stückzahl 1, von dem, was der Kunde braucht, was der Kunde von uns erwartet, und das haben wir versucht heute in unsere moderne industrielle Produktion umzusetzen. Wir verarbeiten hier am Standort überwiegend Langholz, das bedeutet, die Stämme kommen hier mit 19 Meter Länge an und werden als erstes kundenspezifisch eingeteilt. Es gibt keinen Standard, sondern jeder Abschnitt ist individuell und genau auf das abgestimmt, was der Kunde von uns erwartet. Im nächsten Schritt werden dann die runden Stämme auf Länge abgelenkt und dem Sägewerk zugeführt und dort machen wir letztendlich aus rund-eckig. Das Ganze läuft voll automatisiert ab. Die Bediener sitzen in abgekapselten Bedienkabinen und steuern von da aus die gesamte Produktionslinie, bis eben am Ende ein fertiges Produkt rauskommt, fertig paketiert und nach Kundenvorgaben gepackt. Unser Produktprogramm umfasst hauptsächlich Schnittholz für Konstruktionen, also alles, was im Bau, im Dach verarbeitet und gebraucht wird, einfach um Konstruktionen, Häuser, Hallen zu bauen und zu erstellen. Unsere Produktpalette bezieht sich zum einen auf das Holz, was wir selber produzieren, angefangen von Kanthölzern bis hin zur Schalung, Dielen. Hinzu kommt dann unsere Sachen, die wir zukaufen, wie KVH, WSH, Hobelware, OSB-Platten, Beton-Schwerholzplatten, Sieb-Filmplatten, Dreischichtplatten. Wir haben also eine relativ breite Produktpalette. Was wir hier neben dem normalen Sägewerk haben, ist, wir haben noch zwei Hobelanlagen und drei Hundegger-Abund-Maschinen, die unser Produktportfolio abwinden. Dort wird Zimmermanns-Abund gemacht, heißt, die Dachstühle werden komplett fertig zugeschnitten, auf Kundenwunsch gestrichen oder lasiert und dann zum Kunden ausgeliefert. Auf der Baustelle stellt man sich das dann vor wie Lego für Große. Die einzelnen Bauteile werden zusammengesteckt und vom Zimmermann nach Plan gerichtet, was eine enorme Arbeitserleichterung gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist. Unsere Kernkompetenz ist ganz klar, dass wir auch heute nicht nur 0815, nicht nur Standard können. Wir können das Besondere, wir können Längen bis zu 12 Meter sägen, wir können Querschnitte, die andere nicht können, wir können das Holz trocknen, wir können das Holz hobeln und das ab Stückzahl 1. Diese Kernkompetenz haben wir nie verloren und die war uns immer ganz wichtig. So ist es heute ganz normal, dass wir internationale Kunden haben, die nicht bei uns bestellen, weil wir der billigste im Massensortiment sind, sondern weil wir Stückzahl 1 konfektioniert an Spezialqualitäten produzieren können und das Ganze abrunden mit Standardsortimenten. Als Kunde können Sie sich auf jeden Fall auf unsere Qualität und auf unsere Lieferantentreue und vor allen Dingen auf unsere Lieferantentreue verlassen. Uns ist wichtig, langfristige Beziehungen aufzubauen, familiäre Beziehungen. Viele unserer Kunden sind eigentlich Freunde. Wenn die hier zu Kundenterminen vorbeikommen, gehen wir mit ihnen Mittagessen und uns ist das persönliche Verhältnis sehr wichtig, um immer nah am Kunden zu sein und die Bedürfnisse der Kunden zu auffüllen.